Letzte Folge, Grenze, Motzianbrunnen im Arbeitsraum, Kopfschuss, ja, aber es hat nur gestaubt. Hat man nochmal nachgeguckt. Oh man, Ubisoft. Aber erst einmal, hallo da seid's, willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Konsol. Konsol, Küste oder Kanal, alles das gleiche. Jedenfalls ist sie gleich danach gestorben. Ich bin reingerannt, mir einen Kopfschuss, weil ich bin auch auf sie zugehören, also sie haben uns quasi umarmt. Was spiele ich denn noch? Ein Fragezeichen. Ich hänge jetzt. Bei uns lädst du. Ein Shiften F2 funktioniert nicht. Nein, nicht so schlimm. Da gibt's ja zum Glück nix spannendes. Ich hatte gerade einen 60er Finger. Das Wordenbildchen kam ja später nachgeladen. Also ich habe keine Downloads auf. Kommt bestimmt noch. Automatische Updates bei Steam 21 Uhr. Ah, hier und da. Datenbanden-Update. Aber da ist der Ping nicht so. Und ist... Schon fertig. Klar. Dann helf mir dem Kaschle. Und was meinst du, Jorge, ob wir dem Fritz Willi heute noch mal begegnen? Ich hoffe noch. Ich muss ja noch zeigen, dass er 5 gegen Willi kann. Den Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Bereit genug ist. Hä, was war das denn? Da wollte Gott gegen die Wand hauen. So wie beim Barrikade anbringen. Bei der Holzbarrikade. Holz anklopfen. Ach, da war ich. Na fast. Boah, wie es dauert, bis meinst du denn normalen Außenkameras kommt. Dann geht auch anders, ne? M249. Da sind auch ein paar Kameras dazwischen. Kommt keiner vorbei. Garage, ein Schrottflinten-Heinz. Da. Der Recruit. Da war kein Shotgun-Typ. M249 haben sie ja auch. Äh, Außenfenster gehen, glaube ich, auf. Ja, genau. Schreingriff. Hab eins nie mehr geballert. Ich höre kaum noch was, weil das ihr Dauerfeuert. Einer liegt noch unter dem Schreibtisch. Einer müsste noch verletzt sein. Deiner hat gar keine Macht mehr. Respekt. Eigener Trupp eliminiert. Mission gescheitert. Der, der Seraphina umgewacht hat, der hatte plötzlich keine Waffe mehr in der Hand. Was macht denn Maestro da im Bad eingesperrt? Was ist jetzt denn so ein Scheiß? Ernst? Ich brauche noch eine... Schöter. Der eine hatte keine Waffe mehr in der Hand. Die ist plötzlich über dem Schreibtisch hängen geblieben. Und der ist weitergeblieben. Schöter. Zeiget mir kündig aus. Zumindest war es bei mir so. Ich weiß nicht, ob Seraphina das auch gesehen hat. Ich musste nachladen. Ich hab mich darauf konzentriert. Sonst hat es nicht mehr geschafft, rechtzeitig. Scheiß Dreck. Jetzt versucht es der Peter auch mit. Hm, stirbt bestimmt als erstes. Raum befestigen. Die Geisel muss gesichert werden. Auch wenn ich bekomme die Aria keine Flecken auf die weißen Fingernägel. Was? Fertig! Ich seh ja kein! Ja genau, überlebt die Schriftflinte da. Jetzt steht das Spiel wieder. Jokai läuft! Jokai läuft doch nicht. So, komm, dauert Feuer auf die Hologramme. Ihr Nulps. Eine Sprenglage muss er. Dafür schießen sie jetzt mit. Dem M249 weiter. Was tue ich? Ist der ein Schild in der Burg abgebaut? Ach, Rekroote ist wirklich als erstes gestorben. Einer beißt an. Einer beißt an. Einer beißt an. Noch einer beißt an. Was die Geisel in der Splitter bekommt, abbekommt, weil sie die Hologramme zerstören wollen. Apropos Hologramme. Fehlt ja eins. Ich find schon zwei. Okay. Von da oben. Oh, geht auch einer. Magasinwechsel. Was? Ja. Ein Gegner verbleibt. Boah, hallo. Ich bin mit dem kaputt. Die Tür hier. Ja. Den rüber. Mission gescheitert. Einer Operator gefallen. Mal grad so über den Schild. Nein, scheiße, du nö. Wir müssen die Geisel finden. Ihr müsst die Geisel finden. Der Rekrut wollte dafür rekruten. Ganz bestimmt nicht. Da hat er sich aber verzockt. Der Rekrut will. Der hat gar nichts zu wollen. Der heißt nicht Willi. Na dann oben. Will das wissen? Großraumbüro. Die haben ja einen Rekrut. Wie kann das denn? Da geh ich wieder. Noch zehn. Der muss hier Rekruten auch finden. Nee. Die haben ja eh Rekrut. Ich glaube alle Rekruten sind Rekrut. Doch ich hab den einen gefragt. Der hat gesagt ja. Ja. Also ob er heute nochmal nach Hause geht, hat er ja gesagt. Mit Geisel. Mission eingeleitet. Mit dem ist der Rekrut. Ja. Das ist der Rekrut. Wie ist der Rekrut? Wie ist der Rekrut? Mit dem ist das Dennis da. Der Schattense. Oh, die Luke ist offen. Hier ist aber viel Holz. Ich weiß nicht, wo ich rein will, Hawkeye. Konsolbüro aus dem Fenster offen. Bin ich rein, da ist keiner drin, weil hinter mir ist noch zu. Sprengsatz ist fertig. Die haben fleißig Holz verbarrikadiert. In jeder erdenklichen Tür. Gar nicht mal so schlecht. Also Pässe ist in der kleinen Küche dann. Kleine Küche. Wo du stehst dann geh. Mir ist das natürlich offen. Aber da ist ein Loch in der Wand, wo du jetzt hingehst. Ok. Denk ich rein füßen, aber hier ist leider schon offen. Wie gesagt, da ist er drinnen links bei dir. Boah. Einer ist tot. Kaschle. Da ist aber so einer gewesen. Kannst hier rein? 25 noch. Bist du da? Da bin ich hier. Komm. Geisel gesichert. Eberhutierung einladen. Da muss ich jetzt gehen. Tut mir herzlich leid. Lenk ihn ab, Hawkeye. Lenk ihn ab. Könnte sein, dass er dir hinterher kommt. Oh oh. Schneller. Da ist ein Licht. Ja bestimmt der Rekruter gleich rausguckt aus dem Balkon. Oh, hätte er nicht länger warten können. Jetzt hätte er nicht überlebt. Gute Arbeit. Ich weiß nicht. Der war die ganze Zeit da noch im Büro. Der hat sich da nicht bewegt. Komischer Tipp. Das ist noch zu viel. Ich weiß nicht. Der Rekrutspieler ist weg. Peter. Hake Peter. Ihr müsst die Geisel zurückholen. Oh Gott. Was wir heute schon für Pappnasen im Spiel hatten. Das war echt Gold wert. Die Monika, dann der Willi. Da, geht mal. Das will sie nicht. Bestätigt. Die Geisel wurde lokalisiert. Die machen bestimmt wieder alles mit Holz zu. Zehn Sekunden bis Einsatz. Hallo? Ein Rekruten. Fünf Rekruten haben die. Sichtkontakt mit Geisel. Mission eingeleitet. Die Anja-Catharina. Die Anja-Catharina. Ich will auch gucken. Bereites Durchbruch. Keine Ahnung. Bei der Garage am Auto rechts. Ist nichts. Links. Da ist eine Treppe. Ich glaube einer ist in einem kleinen Räumchen drin gewesen. In der Küche? Achso, kleines Räumchen daneben. Das Büro. Pass auf, der Raffiner gefust da rein. Ja, aber... Serapina ist noch im Gang. Ist offenbar nicht im Raum. Ne, sieht sauber aus. Die Träume nicht zerstört. Kamera, hast du sie auch hier? Jetzt, ja. Jetzt, ja. Ja, klar, war doch. Die sind alle in diesem kleinen Boiler-Raum da. Die waren alle links, ja. Links. Links drin. Links. Geil, kam aber jetzt rechts rausgerannt. Bei mir kam der rechts raus. Der ist aber links gewesen, von dir aus. Die waren alle da in diesem kleinen Raum, wo der da noch drin war. Ich dachte, das ist links. Mir wurscht. Der ist links. Nee, wurscht ist es auch nicht. Der ist links. Nääää. 4 gegen 4. Jaaaa. Oh, jetzt wird's langsam unfair. Er hat genug von Rekrut. Da denkste ich auch, es hat nicht funktioniert, weg. Ihr müsst die Geisel zurück holen. meinst ja hier was springen wir haben sie diesmal so war schon mal nicht was witzel geht auch gar nicht sogar kein rekrut ganz oben ganz oben hier ding ins büro konsul ich wollte runter das ist ja komisch angezogen das ist ein rekrut die geißel nee wenn dann drumherum kannst du aufmachen das kaschlzeug aber nichts zum aufmachen dann klopfst du halt du brauchst hier mit dem mg nicht ankommen ein rekrut sind direkt bei der geißel also schon offen ist aber ungünstig das ist bestimmt auf der treppe Au. Vitschel, Dienstbotentreppe. Wo ist der Rekrut? Laut Zerafina zuletzt bei der Geisel. Das war vor einer Minute. Kommen. Eigener Tod getötet. Oh, der hat er die ganze Zeit in der Ecke. Scheiße. Ich komme mit dieser scheiß SMG da nicht klar. Ich komme mir immediatel. realitiese zufrieden. Immer noch keine letzte Chance, das wäre überraschend. Es gibt keine. Drittletzte Chance müsste da stehen oder so? Vielleicht gibt es nur eine allerletzte Chance. Erste Chance. Ob das stimmt? Pokerraum. Erste Chance. 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 Die Geisel muss gesichert werden. Den Raum befestigt. Hey, ich geh zu der Lücke. Piep. Da geht er noch immer zu der Lücke. Der Brot ist verstärkt. Piep. Oh, ist geil. Boah, dumme Schreflinde. Die Lücke saugt sind. Boah, ist ein Feuerschloss bei der Geisel. Mein Trumpf ist altersbereit. Ich werd ja gerne hinter die Geisel, aber die lässt nicht mehr. Doch, das geht nicht. Vor ein paar Wochen aufgeschrieben. Im Pokeraum. Ich platziere ein AVS. Oh, nö. Oh, Mann. Gehen sie weg. Ich spiele meinen Joker. Küchentreppe ist höher. Küchentreppe ist höher. Oh, Gott. Gang ist jemand. Ich werfe den Köder. Oh, Gott. Fällt was um. Ist ja auch noch Pappe. Mist. Das war schön. Ja. Bist. Ja. 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 Na, was das? Ja, das ist etwas. Untertitelung des ZDF, 2020 Die Geisel muss beschützt werden, den Raum sichern Die Wand ist gesichert Jemand muss draußen die Luke zu machen Die Wand ist verstärkt Spiel, hör auf mit dem Kack In diesem Bereich ist ein AVS aktiv Stacheldraht wird ausgelegt Störsender wird aktiviert Störsender gestartet Die Ash Back comes on Störsender gestartet Ich pack Tockepi Ist bei dir was lustig los? Oh Aua Zwei bei mir Hawkeye Einer Küchenflur Einer Treppe noch in den Keller Geh aber Ping unten Treppe war letztens eh und Scheint immer noch zu sein Ah man Ich hab grad selbst ein Echtgeschoss an die Wand an den Tyran gepfeffert Scheiße Zeit läuft in 10 Sekunden ab Oh jetzt dreht er sich weg Letzter verbleibende Gegner Gegner eliminiert, Mission erfolgreich Warum lädt denn das jetzt so lange? Gerätemeister zählt schon wieder nicht, Alter, was ist denn das für eine Kacke? Ich hab zwei mit Kontaktgranaten gekillt Hm Keine Assistierung Ich hab' dir nach unten Beschossen und getroffen Ich sehe, ist das wieder eine falsche Herausforderung? Dann musst du was ganz anderes machen und dann keine Ahnung So Scheiße Ich kann gar nicht gucken was für Herausforderungen es gibt Shift und F2 Shift und F2 will nicht Will man noch nicht? Ne Kannst drücken wie ich will Gäldnisch Vielleicht hast du eine Belegung geändert Mhm Liegt jetzt auf Alt und F4 Ihr müsst die Geisel zurückholen Träumeisch erfinde womöglich Pokerraum Ok Ne, oben Karten Das hat einen Finger in der Hand Keine hast du sehen, außer das Kapkan-Symbol links Der Angeber auch noch Waren die bei euch jetzt sofort da, die 5? Nö Ich hab' nur die ganze Zeit das Bild von Kapkan an der Ecke gehabt Genau, hatte ich auch Ich hab' keine Lust mehr aufs Spiel Hatte wer' keinen Bock auf Geisel Ja Ich hatte keine Lust mehr aufs Spiel Nee, passiert Du bist schuld Ich hab' was Die Geisel wurde umgebracht Einfach so in der Drohnenfahrtphase Und dann war kurz beim Endbildschirm War'n nicht die Operatoren zu sehen, sondern einfach nur das Kapkan-Bild zur Linken Also wie bei der Rissen Also wie bei Ubisoft Also meine Einladung könnte ich gar nicht öffnen Absolut nicht möglich Wenn du hier im Hauptmenü auf Ubisoft Connect drückst, was passiert da? Wo ist das? Na, unter Spielersuche und dann da über diesen Anzeigen Ja, ich klick's an Es kommt ein Klickgerecht, aber es öffnet sich nichts Ich weiß, was du da gemacht hast Ich hab' ein Ubisoft-Spiel gestartet Aber Tab und Leertaste funktionieren noch mit den Anzeigen Vielleicht muss der alte F4 drücken Hab' ich dir vorhin schon gesagt Da war' ich wahrscheinlich nicht da Schon wieder Nun glättert ja überhaupt die Herausforderung, wenn wir grad so lange her Den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisieren Mhm Warum? Er hat nen Löffel gefallen Er hat nen Löffel abgegeben Da! Gegner, Jäger haben sie Was steht denn da? Alibi an der Tür, okay An der Tür am Fenster Was? Ich hab's nicht berührt Scheiße, doch Jetzt bin ich idealisiert Und sie hatten das Quark, hatte keinen News mehr Quark Störsender Mhm, das wird ziemlich interessanter Ja, der hat verletzt erst was er zu bekommen Jetzt sind wir zu dritt Störsender Und? Neben Grabschfrau Jetzt ist aber ein Pfad von neben dem Gefahrgut-Eltere Hier oben oder unten? Oben Oben, Großraumbüro Äh, hier Chefbüro Zieh, Markierung Ich war grad beschäftigt Es tut mir leid Ich hab' doch den Löffel abgegeben Das macht man aber noch nicht während des Spiels Ja, genau Was machst du da oben? Müsst du dich krabbschen lassen oben? Gleich fiegt ein Kontaktrenner da oben gegen Stongel Hast du halb tot gemacht? Nee, ich hab' ja nicht mal Ich hab's ja nicht mal angekratzt Hm, tauscht zu tief Mach mal Du brauchst den neuen Löffel Einer kommt doch nicht Einer kommt im Einer auf Verbleib' Ja Das ist nicht Das ist nicht Guck, sicher haben sie Ich wollte grad sagen Wann schießt du denn, Morski? Hm, ich hab' sie tot gemacht Ja Das hast du nicht geschafft Ich schieß bestimmt gleich auf drei Hologamme Ach, zugleich Hm Kamera-Frage, wo die letzte Los geht's doch Na die nächste Tja 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 Den Bio-Befahrgutbehälter zu kapieren. Ja, Kamerafrau in dem Großraumbüro. Ah, Tatschanka. Gute Arbeit, obwohl er ohne kaputt ist. Fuse wird irgendwo draußen im Kreis herum. Ja, wir haben ein Alibi. Und Jäger. Böng. Hm, plums. Oh, ist das brauche ich denn jetzt auf der anderen Ecke? Na, ich will mich nicht beschweren. Bereiterin sequenzieher in Durchbruch vor. Ich scanne nach elektronischen Geräten. Ich lade nach. Grabschauer ist tot. Kommt noch einer beim Lift an. Wo hänge ich denn jetzt? Sprenger, 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 Sprenger. Drogen eingesetzt. Die Träuch-Brenzer-Einsatz bereit. Den Raum sichern und den Bio-Behälter schützen. Feindsicher, Aktivität. Den Interfond fahren, gebald die Bedrohung neutralisiert wird. Oh, das warst du. Ich hab dich verletzt. Aber du warst das jetzt wieder. Spaß gemacht. Entschuldigung. Mein Gegner verbleibt. Der liegt da ja. Das hat ihm geeliminiert und stellt das Verletzte da nicht auf. Du hast gezeigt, sei vor, dass ich dich verletzt habe. Das hat dir dich nie gezeigt. Der Tatschanka, der war verletzt durch mich. Den hab ich noch nie da bekommen. Hm, ach, schief. Den Kamerfrau hätte ich auch noch bekommen, aber dann kam da so ein komischer Fimus an. Das war ich jetzt zum Glück nicht. Mach du was was? Nee. Ja. Da muss ich jetzt nur ein 2-2-2-2 rausmachen. Wand verfestigt. Wand verfestigt. Ganz andere Pappe hier im Kassierer-Buchung mittlerweile. Und ein paar Pappen. Pappe, pappe. Die Gegner konnten den Bio-Gefahrgut-Behälter nicht finden. Die Gegner haben den Bio-Gefahrgut-Behälter aufgespürt. Neue Übertragung aktiv. Neue Kameraübertragung läuft. Oh. Naja. Oh, oh, oh. Er ist kack. Oh, nicht so gut getroffen. Maverick drin. Kassierer-Buchung. Kommt noch einer unten an. Oh, was? Der erste hat er genau. Und die Kapp-Kamine mache ich natürlich kaputt. Ist doch nicht der Nernst. Drei Verkaufschreuz übrig tun. Letzter verbleibende Operator des eigenen Trupps. Jetzt rollt der Becher zum Totenlöffel. Okay, du hast knapp verfehlt. Chitter 322. Wir waren in dem Kassierer-Berufs-Beilo. Den Raum sichern. Wir müssen den Bio-Gefahrgut-Behälter schützen. Ein wunderschönes, böses Auto ist bereit. Jetzt können Sie kommen. Gerät wurde aktiviert. 10 Sekunden-Position. Fenster-Barrikade steht! Es bleiben noch 10 Sekunden. Gerät ist platziert. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter geholfen. Platziere mein böses Auge! Noch 5 Sekunden. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter lokalisiert. Fieser-Zumart, Klima-Uwein. Ich lade nach! Die Wand ist befestigt! Bio-Wand. Wand befestigt! Der Karretrat ist bereit. Bereite Willkommens, Mannesor. Die Reinschaft gewahrt. Tür immer unüberhalten. Die Blauen. Ah, der war schon ein Tor. Wass vida ist ungefähr. Killed worden. Das ist doch nicht wahr. Ah, nee. Waren alle beide da hinten. Kassierer, Aktienraum. Da oben, da den kleinen Raum. Wo du mal reingehst. Aktien. Da ist er wieder. Ping noch. Da, guck mal. Kann er ja nicht ping. Oh, au, was? Maverick. Gibt immer noch kein Konter für den Arsch. Mach dir das ja auch so. Mach ihn einfach so auf. Ja, da macht er auf. Ist er schon drin oder was? Nein, der macht da auf. Ich guck Hausmeister. Der Gegner sichern den Bio-Gefahrgutbehälter. Wo ist er da drin? Ich bin da mit dem Schreibtisch. Ich bin ja immer noch stark dafür, dass der einen Konter bekommt. Wie lange bin ich schon drin? Oh Mann, viel zu lange. Ubisoft macht da nichts. Kastel-Bearbeitung, das wär's, wie ich es mal angesprochen habe. Aber das wär vielleicht zu einfach oder ist zu schwierig. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss. Gut, gut ist. Vielen Dank.